Ich wünsche dem House of One eine kräftige Ausstrahlung von Berlin-Mitte in die ganze Welt und wir als Katholische Akademie freuen uns sehr über die Grundsteinlegung für diesen Ort, einen Ort der religiösen Unruhe und der Ruhe, der Gottesfurcht, des geduldigen Lernens und vor allem, das wäre meine Hoffnung, der Mitfreude am Glauben und an der Religion anderer.